Es sieht aus wie Crawford hat ihre eigene Semi-Trucke. Ich kann sehen wo die Batterie sein sollte, aber sie ist nicht. Perfekt. Aha. Was sind Looters? Fuck, ich bin so schlecht. Was ist denn das Kennzeichen da? I-68, 138. Hallo, reden wir mal mit dir. Ja. Also Crawford. Ja. 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 Fragen wir einen Posi. Ich will dich schon nur eine Sache fragen. So, warum hast du uns entschieden, zu helfen? Ich habe dir gesagt, ich habe eine Runde auf dem Boot erwartet, wenn dieser Hörpers Freund von dir läuft. Sind du sicher, dass das alles ist? Willst du mich immer hinterfragen, oder willst du die verdammte Batterie und rauskommen? Ich werde einen Blick auf dich. Du machst das. Und warum nicht du? Sicher, weil wir die Hauptperson sind. Oh, das macht... Achso, hier darf ich ja mal gucken. Das Blinken... ...must ein Anti-Theft System. Oh! Oh, dein Mip, Mip, Mip! Ja, ja. Okay, und das hier? Das sah gerade aus, als ob wir genau da drunter stehen. Kann ich da... Ach, danke. Oh, nein. Okay, dann... Auf geht's. Hm... Vielleicht das hier? Okay, etwas zum Cutten. Wir haben ja anscheinend unseren coolen, äh... Schnipp-Schnapp-Blabla nicht mehr. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt, und ich habe gerade gespuckt. Ups. Kann ich da nicht... Ah, nee, ich kann da gar nicht hinten hin. Okay, ähm... Hast du was zum Schneiden? Ja. Ja. Ich glaube, ich kann das, äh... ...Hoop-Thinge von deinem? Ich weiß nicht. Hilda und ich haben viel zusammengefasst. Hilda? Das ist, was ich sie kenne. Nein, Judge. Bitte, kann ich Hilda brennen? Ich will sie gut ausführen. Sie wird keine Schlange bekommen. Ich habe jetzt deine Vermeidung. Nicht eine Schlange. Mein einziger Freund ist eine Spitzhacke. Hm, ich glaube, ich würde den Teilen auch viel... ...namen geben, damit ich nicht so alleine bin. Ich würde mir ein Haustier anschaffen. Viele Haustiere. Was macht der da? Ich bin der. Ich habe es geschafft. Wieso ist die Musik so... Oh Gott. Das ist wahrscheinlich nicht gut. Kein Schiff! Oh, um Gottes Willen. Ich versuche, sie abzuhalten. Hör auf! Da ist die Batterie. Endlich geht etwas richtig. Bis zum Schluss der Terminale. Was? Dann schmeiß doch das Ding weg. Hör auf! Okay, folge mich! Und wir gehen! Hör auf! Hä? 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 Seit wann bist du hier drin? Wann wird der Bildschirm so gelb? Okay. Okay. Getötet durch Glas. Krass. Oh mein Gott. Oh, und jetzt ein Splitter in dem Bauch. Krass. Das war cool. Ich bin der Stuhl. Okay. Okay. Jetzt sind wir auf dem Ruf. Hör auf! Hör auf! Komm schon! Komm schon! Was bist du? Was bist du? Angsthase? Ich weiß nicht. Ich kann nicht. Hosen voll? Ich weiß nicht. Was? Fuck! Fuck! Ich bin tot. Oh damn. Das war... Tut mir leid. Shit! Wann muss ich denn das... Oh fuck! Ich kann es auch nicht skippen, tut mir leid. Komm schon! Was bist du? Ah, ich kann nicht. Hosen voll? Hosen voll? Aber jetzt, dass du es besagen hast... Yes! No one chicken bork bork! Yes! Geschafft. Jetzt haben wir die ganze Aufmerksamkeit in der Schule auf uns gezogen. Was ist das? Ist das ein Baum? In der Schule? Nein, es ist Lee! Bitte? Klar, klar, jetzt ist sie ganz weg. Super. Oh man, Logan! Komm, 112 oder 110. Man. Also ich muss wieder ans... Alter, hast du mich erschreckt? Ihr braucht keine Hilfe? Danke, aber ich glaube, wir sind fast vorbei. Wir sind sicher, dass ihr nicht mehr Hilfe braucht? Wir sind sicher, wir sind sicher, dass sie nicht mehr Hilfe braucht. Don't worry, don't worry. No happy, no happy. Ich hab leider... Noch niemals mein Walkie-Talkie. Irgendwas muss doch mit diesem Logan-Schließfach sein. Vielleicht ist irgendwo eine Batterie... Also, ich weiß nicht, Batterie... Eine Kombinationsmöglichkeit. Es muss sein, der Mann in diesem Ort gingen. Das haben wir ja schon mal gehört. Und ich höre jetzt gerade... Okay, warte, was ist das denn? Und was haben sie gemacht? Ja, ich war der Synchronsprecher. Ich war der Synchronsprecher für ein Zombie. Sie sind so talentiert. Kann sie auch weitergehen? Nein, ich muss hier lang. Also, irgendwas muss mit Logan-Schließfach sein, weil wir halt nichts machen. Ich wollte... Was? Was ist das? Was? Two of them! Was? 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 Oh Gott! Unglaublich! Damn! Das wäre ja krass. Plötzlich so Bäm und dann wusch! Du bist zurück! Ja, und wir haben auch ziemlich gut gemacht. Großartig, Kenny. Wie geht's mit dieser Tür? Nicht so gut. Hier, ich gebe dir eine Hand. Hast du die Batterie noch? Ja, Molly hat sie. Sie sollte bald hier sein. Sie wäre besser. Und wir sind zurück. Und wir reden mal mit Brie. Brie heißt eigentlich hübsch. Brie? Hey, Lee. Danke für all deine Hilfe da hinten. Ich glaube nicht, dass wir es ohne dich hätten. Kein Problem. Wir sind alle auf der gleichen Team. Was ist das in Krebsbesiegt? Also, du bist ein Krebsbesieger. Wie Berlin und die anderen. Ja, ich wurde in der Schule getestet. Und seitdem ich mich nicht behandelt habe. Juste als ich angefangen habe, ich dachte, dass ich etwas Hoffnung hätte. Alles das passiert. Ich habe meine ganze Familie verloren. Ich bin der einzige, der überlebt. Es ist lustig, wie es funktioniert. Wie lange hast du mit Vernon kennengelernt? Ein paar Jahre. Er hat unsere Unterstützung gemacht. Er war wirklich großartig, um mich zu Ende mit meiner Krankheit zu kommen. Aber wie kommen Sie zu Ende mit diesem? Mit einem Ort wie Crawford? Ich weiß nicht, was ich oder die anderen Survivoren hätte, ohne Vernon. Er ist derjenige, der uns zusammengehalten hat. Er hat uns lebens. Was denkst du über diese ganze Situation? Ich würde lieber nicht darüber sprechen. Zu viele verrückte Erinnerungen. Selbst wenn ich hier zurückgebracht habe, mir ein schlechtes Gefühl. Selbst jetzt? Wenn alle sterben sind? Ich habe keine Sympathie für was zu diesen Leuten passiert. Sie haben die Krankheit und die若. Selbst die Kinder. Die, die nicht in der Lage sind, sich zu schützen, damit sie ihre eigenen Haut schützen können. Was hier passiert, egal wie Crawford fällt, ich finde es poetische Justiz. Verdammt, Frau, das ist cool. Das ist, wie ich fühle mich. Wenn du das gesehen hast, dann fühlst du das gleiche. Ich bin ein bisschen beschäftigt hier, Lee. Vielleicht solltest du diese Batterie oder die Medizin mit Hilfe holen. Ja klar, du guckst auf dieses Regal und wow, wow, wow und huhuhu. Nichts, sondern Kronen und Konstruktionpapier. Guck mal hier. Wow, das ist voll die gute Konstruktion. Voll das gute Ikea-Regal. Wow, wow, wow. Ist das jetzt wieder das gleiche? Ich will ja nicht unnötig rumgehen. Ah, das kenne ich und so. Okay, ist doch cool. Ein Globos. Ein A. Achso, nein, ist gar kein A. Achso, ja. Ach komm mal, walkie talkie. Okay. Äh, okay, danke. Danke. Scheiße. Ähm. Gut. Ich glaube, das war letztes Mal auch schon so, dass ich mich da verrannt habe. Oh. Du bist okay, Clem? Ja. Oh. Wo ist Molly? Sie musste in den Luft gehen. Sie wird bald wieder zurück. Ich hoffe, sie ist okay. Sie wird gut. Sie wird gut. Sie ist ziemlich schwer. Nur sitz dich, okay? Ich muss ein paar Beine nehmen. Alles klar. Hoffentlich fragt sie nicht, wie es Chuck geht oder ob wir ihn schon gefunden haben. La, la, la. Oh, ein Fernseher. Oh nein. Ich kann sie später wieder zurückkommen. Etwas Rechnungsmaterial wäre schön, wenn wir auf dem Boot kommen. Was ist denn das? Ah, Bücher. Creepy. Hm. Wahrscheinlich selber gemacht von Kindern. Hallo. So. Duh. Meine Fresse, okay. Okay, ich muss kurz gucken, wo die Medizin ist und dann können wir Mr. Venom... Ven... Venom... Venom... Ich mag ihn Venom taufen. Das ist der böse aus Spider-Man, wenn ich mich recht erinnere. Okay, dann Medikamente. Äh... Ist das im Spielplatz? Ich weiß nicht, was ich weiß nicht. Das ist im Spielplatz. Warte mal... Okay. Warten wir mal eine Medizin. Und das wäre das, was wir sehen. Und ob wir das jetzt gleich finden und die Musik würde langsam böser. Okay. Auf geht's. Okay. Und ob wir das jetzt gleich finden und die Musik würde langsam böser. Das wäre ja nicht. Das finden wir jetzt in der nächsten Folge heraus von The Walking Dead. Tschüss!